Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 258. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gude. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und frisch aus der Dusche der Herr Marvin. Grüezi. Das klingt so, als wenn nicht da drin stehen würde, das ist faszinierend. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß es auch nicht. Ist ja egal, wir kriegen das hin. Wenn alles gut läuft, kann man uns jetzt live hören, dank der neuen Ultraschall 3.0 mit einem wunderbaren Stream gesponsert von Studio Link. Inklusive Hund im Hintergrund, genau, der mit unter der Dusche ist. Der offizielle Eintracht Podcast Hund, ja? Da haben wir zwei. Da haben wir zwei. Ja, also wir sind hier multidoktional oder wie das dann heißt. Entschuldige, entschuldige. Genau, Livestream hatte ich schon gesagt. Live-Chat ist auch schon am Start in unserem Slack und für die ganz harten unter der Woche bieten wir auch wie immer unser Trinkspiel an. Ich habe hier so eine Kombination aus Hustentee, Fritz-Cola, Zuckerfrei und Wasser stehen. Also ich biete genauso viele Ekeligkeiten, wie das Spiel am vergangenen Sonntag geboten hat. Dass 2-1 für Freiburg ausgegangen ist mit einer kuriosen Art und Weise, bevor wir auf diese ganzen Schiedsrichterdinger kommen, Basti schnauft schon. Das war ich nicht. War es doch nicht. Das war ich. Ich habe meine Filterart und vorher schon gemacht. Entschuldigung. Ja, die hört gleich wieder auf. Sollten wir vielleicht einmal kurz über, oder würde ich gerne einmal kurz mit euch über die generelle taktische Geschichte des Spiels reden, während der Marvin weiterhin versucht, seine Tastatur klein zu hauen. Da hatte ich nichts zu sagen. Ich fand am Anfang, sah das so aus, als wenn da ein bisschen was gehen konnte, weil das 1-0 ja dann doch eigentlich recht schick rausgespielt war. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass wir ab dem 1-1 den Modus, den es früher bei Anstoß gab, ausgewählt haben, nämlich Brechstange. Ihr erinnert euch vielleicht noch mit diesem kleinen wütenden Ball, der dann so rote Augen bekommen hat. Ungefähr so kam mir danach die Spielweise der Eintracht vor. War das nur meine Wahrnehmung oder habt ihr das ähnlich gesehen? Ich war es auch nicht in meiner Ausführung. Ich muss mich noch weiter beruhigen. Das ging nicht mehr viel, ja, du hast völlig recht, das war irgendwie, haben sie es versucht dann zu erzwingen, aber wirklich, wirklich was zusammengelaufen ist dann nicht mehr, ja. Ja, aber, ach, ich tue mir ehrlich gesagt schwer, das ist doch Unsinn. Im Endeffekt haben wir ein Tor geschossen, was uns irgendwie oder aberkannt wurde, also, weißt du? Ich sehe es auch so, der Marvin, wir haben ja nach dem Spiel schon kurz drüber gesprochen. Mir fallen nicht viele Vorwürfe ein, die ich der Mannschaft machen kann in der Situation. Wir müssen immer wieder, auch wenn wir uns jetzt kurz daran gewöhnt haben, hervorrufen, dass die Mannschaft arg ersatzgeschwächt ist, eine ganz kuriose Abwehr hat. Und dafür finde ich, dass das gegen eine Freiburger Mannschaft, die immerhin auch schon sehr viele Punkte gesammelt hat, hat die Eintracht das gut gemacht. Und wir werden später darauf zu sprechen gekommen, es gibt für mich tatsächlich nicht viel, was ich der Eintracht vorwerfen kann in der Situation. Na klar, hat die nicht überragend gespielt, aber für die Situation war das für mich schon akzeptabel. Und normalerweise gewinnst du das Spiel, Punkt, aus, fertig. Und dass du das nicht machst, ist dramatisch. Und ich werde immer noch sauer, ich bin immer noch richtig sauer darüber, was da gelaufen ist, weil das nicht einfach nur eine Fehlentscheidung ist, die 50-50 ist oder irgendwie unglücklich oder sonst irgendwas. Sondern das sind zwei eklatante Sachen, finde ich persönlich, auch wenn es im Nachhinein haben viele irgendwie die Garcinovic-Nummer da relativiert, fand ich trotzdem nicht. Für mich sind es zwei, du kassierst ein Tor, wo da 400 Meter im Absatz steht und du kriegst ein Tor abgepfiffen ohne wirklich erkennbaren Grund, würde ich mal sagen. Ja, da gebe ich dir recht, aber ich bin auch nach wie vor sehr sauer auf diese Entscheidung, aber ich möchte es nicht alleine nur vom Schiedsrichter oder vom Schiedsrichter gespannt abhängig machen. Ich fand, dass eins, eins, was von Freiburg, was, muss ich gerade im Ernsthaft überlegen, gemacht worden ist, da haben wir halt einfach einen eklatanten Fehler in der Abwehr, weil Hasebe zu früh nach vorne rausrückt und damit eine Lücke aufmacht, die Oczipka und Hector, weil sie zu weit weg sind vom Mann, nicht decken können. Das war beim 1 zu 2, mal davon abgesehen, dass Niederlechner in der Tat einen Meter im Abseits stand, die gleiche Spielweise, da sind wir wieder auf den gleichen Fehler drauf rausgegangen. Und ob und angelegen, ob wir jetzt im Abseits stand oder nicht, haben sie uns mit einfachsten Mitteln in zwei einfachen Situationen da einfach ausgekontert. Ja, wir sind Ersatzgeschwächt, aber das sind unterm Strich auch alles Menschen, die Fußball spielen, die alle Abwehr spielen und da finde ich, dürfen so Fehler gegen einen Gegner wie Freiburg nicht passieren. Finde ich gar nicht. Ich finde, dass du gegen Freiburg mit der Abwehr hast du eigentlich fast gar nichts zugelassen. Ich erinnere mich an keine einzige Freiburg-Chance sonst. Ja, stimmt. Oczipka ist kein gelernter Innenverteidiger und ich stelle jetzt mal die These auf, Hector auch nicht. Ich würde die These aufstellen und sagen, dass Hector nicht mal gelernter Fußballspieler-Definition ist, aber... So, also, dann überleg halt, mit wem wir dort spielen. Ja, das ist doch genau der Punkt. Man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben hier echt eine ganz schön zusammengewürfelte Truppe gerade. Und wir kämpfen mit wirklichen Problemen, die wir haben, weil entweder viele Leute verletzt sind, wir haben einige Abgänge, die wir nicht kompensieren konnten. Es ist momentan, ist beklebt bei uns die Scheiße am Schuh. Normalerweise würde Hector, der würde meist Gott nicht spielen. Oczipka wird nie in der Innenverteidigung ran müssen. Und eigentlich wäre es auch für Tavata noch gar nicht so wirklich an der Zeit. Das sind alles Spiele, das kommt alles erst. Und auch selbst die Offensivformation würde in dieser Position im Optimalfall gar nicht spielen. Und dafür bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, der Eintracht hier eine eklatante Schuld zu geben, dass es so schlecht lief. Ich will hier keine eklatante Schuld geben, aber ich will zumindest nicht sagen, dass wir unbeteiligt sind. Weil man muss, okay, Abwehr ist das eine Thema, da muss man auf der anderen Seite aber auch sagen, wir hatten zwölf Eckbälle und nach meiner Erinnerung kam ein einziger davon wirklich sinnvoll aufs Tor und der wurde abgefiffen. Das hat nichts mit Abwehr zu tun. Das ist ja eine Schwäche, die haben wir jetzt schon länger. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich mir gefallen lassen würde, was ich bei dieser Mannschaft vorwerfen würde. Weil wir müssen trotzdem nochmal, auch wenn ich es jetzt hier einen kurzen Zeitraum wiederhole, die Eintracht ist das, was der Marvin Alzer aufgezählt hat. Das sind Verletze, es sind zusammengewürfelte Konstellationen dort. Und dafür hat die Eintracht das gegen Freiburg gut gemacht. Und du kannst dann so ein Pech, was du mit dem Schiedsrichter nicht auffangen. Und was du gesagt hast, das ist das Einzige, was ich mir gefallen lassen würde, dass die Standardsituationen schon seit mehreren Wochen jetzt echt ungefährlich sind. Und die waren in der Hinrunde teilweise eine Waffe, die wir hatten. Da haben wir dann Spiele, die auf der Kippe standen, so in unsere Richtung gedreht. Da erinnere ich mich immer wieder an dieses Spiel in Ingolstadt, was ohne Standardsituation wahrscheinlich auch 0-0 ausgeht. Das gebe ich dir recht, René. Aber ansonsten weigere ich mich, in diesen Tenor reinzugehen, wo den ich auch bei vielen schon gehört habe, dass die sagen, die Mannschaft hat es verbockt. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe es überhaupt nicht so, weil in der Situation, in der wir sind, mit diesen ganzen Niederlagen hintereinander, diese unglücklichen Sachen und dann so ein Spiel trotzdem abzuliefern und eigentlich gewinnst du das Spiel. Dabei bleibe ich auch. Die Eintracht gewinnt dieses Spiel unter normalen Umständen. Und dann ist alles wieder einigermaßen in Ordnung. Und das wäre sogar respektabel gewesen mit dieser zusammengeberfüllten Truppe, dass die Eintracht dieses Spiel nicht gewinnt, liegt daran, dass die Eintracht an dem Tag Pech hatte. Und das ist das Niveau vom Schiedsrichtergespann. Das war unter aller Sau. Sorry. Das stimmt nicht. Die kriegen Geld. Die kriegen 4.000 Euro pro Einsatz oder was weiß ich nicht. Tut mir einen Gefallen. Und die stellen sich nach dem Spiel auch nicht hin und sagen, ja, scheiße. Nein, da wird probiert, alles noch irgendwie zu relativieren. Ja, das kann man ja mal machen. Nein. Das ist 8 Millionen Meter abseits. Was sieht der das nicht? Und dann muss man sich als Eintracht Frankfurt, muss man sich nach dem Spiel anhören, ja, aber der Rebic, der ist nicht mehr auf dem Fuß getreten. Der scheint nicht mehr sehr stark auf dem Fuß getreten zu sein, wenn der dann nach 4 Meter hoch springen kann, um sich irgendwie da zu wälzen. Die Diskussionen, die sind für mich echt in eine falsche Richtung gelaufen, dass ich das Gefühl hatte, die Eintracht muss sich hier noch rechtfertigen. Und die Leute sagen, ja, ihr seid ja eh eine Trätertruppe. Ach so, deswegen kriegen wir jetzt Abseits-Tor oder was? Das steht im Zusammenhang oder wie? Und wir müssen eine Trätertruppe. Was hat er denn gemacht? Im Endeffekt ist er doch gegen seinen eigenen Mitspieler noch gelaufen, der Torwart. Und über was reden wir? Und wir reden hier nicht über, ja, wir hatten diesmal Pesch im Schiedsrichter. Nein, das waren zwei Tore. Das ist eins gegen dich und eins für dich, was nicht zählt. Sorry. Und da kann die Eintracht mit Sicherheit in der Situation, in der sich gerade befindet, nicht gegen ankämpfen. Das geht nicht. Fertig. Und für mich ist trotzdem, auch wenn viele Leute sagen, ja, da macht man sich dabei sehr einfach. Nein, es ist nicht einfach, weil es ist echt schwer zu ertragen. Wenn ich diese Fratze von diesem Winter Perl noch vor mir sehe, wie selbstgefällig der dann auch noch rumläuft und hier die Spieler ermahnt und sonst irgendwas, da kriege ich es kotzen. Da kriege ich echtes kotzen. Weil es gibt auch Schiedsrichter, die Fehler machen, die stellen sich danach hin und sagen das auf eine sympathische Weise und sagen, ja, scheiße, glauben Sie mir, ich wäre der Letzte gewesen, der sich wünscht, dass ich so einen Scheiß mache. Und da kann man damit vielleicht besser leben. Aber ich habe mit einem Kollegen von Marvin und Dennis in der S-Bahn, haben wir es ja gesagt, was mir echt irgendwie so fehlt, man kann nach dem Spiel, man kann irgendwie nichts machen. Du würdest es am liebsten irgendwann packen. Und wenn ich Trainer wäre, hätte ich wahrscheinlich schon vierte Offizielle getötet. Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist halt auch, ich bin der Letzte, und das habe ich schon oft hier gesagt, der Schiedsrichter an die Wand stellt. Und das sollte auch nicht sein. Und das will ich auch nicht. Aber mir geht es hier darum, dass in der ersten Halbzeit sehr viele eklatante Fehler passiert sind, die sich aber in der Folgezeit, in der zweiten Halbzeit nochmals multipliziert haben. Und da liegt für mich die Krux da drin, wenn ich merke, dass ich in der ersten Halbzeit Dinge falsch gemacht habe. Ich rede auch mit irgendjemandem. Ich rede mit meinen Assistenten. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch irgendwas ins Ohr gedrückt oder irgend sowas. Dann muss ich doch ein Gefühl dafür entwickeln, dass die erste Halbzeit nicht gut gelaufen ist und ich dementsprechend in der zweiten zumindest sehr vorsichtig pfeife und genau überlege, genau auf alles andere Wert lege, was aber nicht gemacht wurde. Die Fehler sind in der zweiten Halbzeit noch mal passiert. Und die Eintracht hätte hier tausend Jahre spielen können und hätte am Sonntag nicht den Sieg reingeholt. Auf der einen Seite, weil uns die Qualität fehlt, das ist alles so. Es gibt Tage, es gibt Mannschaften, die in der besten Situation, wenn sie top drauf sind, die reißen so ein Spiel trotzdem. Es gibt Mannschaften, die in der Lage sind, zu sagen, ja, weißt du was, du kannst uns noch mal verpfeifen, aber wir hauen denen trotzdem drei Buden rein. Aber das Problem ist, die Eintracht ist eine Mannschaft, die drei Niederlagen in Folge einstecken musste, nehmen wir den Pokal jetzt weg. Und jetzt kam die vierte. Das ist eine Mannschaft, die am Anfang der Saison von unglaublich vielen als sicherer Absteiger gehandelt wurde und jetzt in der Folgezeit aber über ihrem Niveau gespielt hat. Und jetzt kommt die erste Verunsicherung. Jetzt wissen viele Spieler nicht mehr, wie sollen sie agieren. Es muss ein neues Spielsystem her. Viele Leute sind verletzt. Und dann liefert sie eine für mich sehr gute Leistung ab im Vergleich zu den Vorwochen. Und dann langt es trotzdem nicht. Da kann ich beim besten Willen, ich kann nicht auf die Leute draufhauen, die bemüht sind, das Beste rauszuholen. Das sehe ich aktuell einfach nicht ein. Dem will ich mich nicht beugen. Und dann muss ich sagen, tut mir leid, Herr Perl, das ist suboptimal gelaufen. Beim nächsten Mal läuft es mit Sicherheit besser. Ich weiß, Glück gleicht sich aus. Aber an dem Tag, an diesem Sonntag, war es zum großen Teil seine Schuld, dass die Eintracht keinen Punkt zu Hause gelassen hat. Habt ihr die Aktion relativ zum Beginn vom Schiedsrichterassistenten mitgekriegt? Nein. Wo er nicht wusste, ob er in welche Richtung den Einwurf geben soll. Das ist dreimal passiert. Also ich war ja mit der Alex im Block und wir saßen im 42er unten, so neunte Reihe, also quasi direkt hinter ihm. Und das war... Heißt der wirklich 42er auch? 42e ist das. Ja. Okay. Und es war in der Tat so, dass der Ball über die Auslinie ging. Sehr offensichtlich, der Freiburger als letztes am Ball war. Also das hast du wirklich sehen können. Und das war ja quasi direkt vor seinen Füßen. Und er steht da, hält die Fahne mit beiden Händen, überlegt, zwei Freiburger rennen auf ihn zu, brüllen ihn an und er gibt für die den Einwurf. Und das hatten wir dreimal in den ersten fünf Minuten hintereinander. Das fand ich schon sehr kurios und auch generell konnte man merken, dass in vielen Fällen die beiden Schiedsrichterassistenten, also nicht nur der, sondern auch auf der anderen Seite, stark verunsichert waren, weil sie immer erst, nachdem Günter Perl eine Entscheidung getroffen hat, die Fahne gehoben haben und es angezeigt haben. Da war niemals einer vorher und hat vorher irgendwas angezeigt, sondern die haben immer erst auf die Entscheidung von ihm gewartet, was ich schon sehr kurios fand. Das zeigt nur, dass ein rabenschwarzer Tag für das gesamte Schiedsrichtergespann war und bringt uns leider keine Punkte, hat uns wirklich das Ganze, den ganzen Sonntag versaut. Das Problem ist aber ja, und deshalb auch nochmal um kurz den Faden versuchen, wieder zum Spiel und weg von dieser Schiedsrichterdiskussion, wenn das okay ist für dich, René, wenn du gerne, wir können auch darüber noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch die letzten Tage, was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war auch, dass die Diskussion, das hatte Basti vorhin schon mal anklingen lassen, nach dem Spiel war nicht, ja, ach scheiße, die Eintracht hat wirklich top gespielt und hat, weil ein paar Situationen falsch gelaufen sind, sondern die Eintracht spielt dreckig, Rebic hätte lange vom Platz gehört, die Szene wurde tausendmal wieder gezeigt und das und nochmal und also die Situation, ich weiß nicht, ob wir uns da mittlerweile hier jetzt in eine völlig falsche Richtung auch medial wieder bewegen, wo es auf einmal heißt, ja, die Eintracht, ja, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen, ob wir einigermaßen gut gespielt haben oder ob wir aus denen, dass wir trotz Verletzungen noch ein ordentliches Spiel abgeliefert haben, sondern es ist nur noch, wir sind Treter, ja, wir hatten vielleicht ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter, aber wir sollen sich mal nicht so anstellen, die hatten auch oft genug jetzt Glück, ist ein bisschen schade, weil eigentlich verlierst du so ein bisschen den Fokus und ich finde es auch schön, dass wir hier nochmal sagen, nein, wir haben aus den Mitteln, die wir haben, noch was Gutes gemacht und gefällt mir, also müssen wir vielleicht mehr auf die Seite wieder gehen. Das war auch ein bisschen... Finde ich auch, weil sonst verselbstständigt sich das nämlich schnell, dass das einfach jetzt als das nächste Spiel in der Krise abgehakt wird und das sehe ich nicht so. Ich finde, das war ein anderes, das war eine andere Einstellung, das war eine andere Organisation und die Eintracht hat wenige Chancen zugelassen. Wenn jemand 1,5 Meter am Abseits steht, dann kannst du nichts machen und dann kassiert die Eintracht nur ein Tor und macht zwei, dann gewinnst du zwei, es ging Freiburg und das wäre für unsere Situation überragend. Wir wären weiter da drin, wir hätten ganz ruhig nach München fahren können. Wir haben in dieser Situation, können wir uns dieses Pech, was wir jetzt hatten, können wir uns leider nicht erlauben und ich finde gut, was der Dennis sagt, weil du hast es nämlich gemerkt, bei Sky hatten die die Szenen gar nicht aufbereitet, weil Skowac im Interview war bei Sky und sich zu Recht auch aufgeregt haben die dem dreimal die Szene von Rebic gezeigt und er fragt, ja Leute, habt ihr das gezeigt oder das gezeigt und es gab auch noch eine Szene, wo wir eventuell einen Elfmeter hätten kriegen können und sonst irgendwas. Das hat das Sky alles gar nicht parat und Kovac sagt zu mir, können Sie mir das zeigen? Außer 78, können Sie mir das zeigen? Nein, nein, nein. Da siehst du schon, dass nach dem Spiel probiert wird, das in die und die Richtung zu lenken und ich habe bis jetzt immer noch nichts gehört von irgendeinem Schiedsrichter Johnny und die äußern sich ja auch zu jeder Pisse. Gagelmann hier, er merkt da und du kannst dich nach dem Spiel auch äußern. Nichts habe ich gehört, dass die Eintracht hier ganz, ganz, ganz klar verpfiffen wurde und der Dennis meint, das wurde so abgetan, so ja, ein bisschen Pech hatten sie mit dem Schiedsrichter, aber das war mit Sicherheit nicht Spielentscheidung. Doch, und das will ich klar festhalten und da muss man auch, da muss man sich auch nicht zurückhalten in dem Sinne, zu sagen, ja, das gleicht sich ja aus und ihr habt auch Glück gehabt. Nein, die Eintracht hat an dem Tag das Maximum rausgeholt, was drin war, aufgrund dieser mangelnden Organisation und dem ganzen Kram, der hier drumherum passiert und wurde beschissen. Fertig. Ich sag ja nicht mehr, ich sämme mich ja nicht hin und sage, das war mutwillig der DFB, der will die Eintracht nicht im Europacup, bla bla bla, so Aluhut mäßig brauchen wir uns ja nicht aufsetzen. Nein, da hat es mit Sicherheit nicht extra gemacht, das hilft mir auch nicht. Ich sage, das habe ich nicht extra gemacht, ich habe dir die Zähne gebrochen, das habe ich nicht extra gemacht. Ich sage, dann ist ja kein Problem, dann tut es nicht weh. Eine Aussage, die mir aus dem Interview mit Kovac nach dem Spiel noch im Gedächtnis geblieben ist, war ja auch, dass er sagte, wir haben jetzt dieses Image und es macht auf ihn den Anschein, dass zum einen eben nicht nur die Medien über nichts anderes mehr berichten, sondern dass das auch so ein bisschen Auswirkungen auf die Entscheidungen der Unparteiischen hat, also nach dem Motto, naja, die Eintracht hat ja jetzt schon 70 gelbe Karten und dann wird das schon irgendwie ein Foul gewesen sein und ich gebe jetzt, pfeift das jetzt vorsorglich auch mal ab. Eine Tendenz kann da schon sein, ja. Ja, aber wenn du das machst, dann brauchst du auch kein Schiedsrichter sein. So nach Tendenz zu entscheiden, wie das irgendwie so sein könnte, ja, was ist denn hier los? Was soll das denn? Ich meine, der muss die Tatsachen entscheiden und der muss Dinge sehen oder er sieht sie nicht und dann pfeift er sie nicht. Also wenn du diesen Tag durchgehst, wenn du diesen Spieltag durchgehst bei der Eintracht, dann siehst du, dass er unglaublich viel Mist gepfiffen hat und da gibt es halt nichts. Da gibt es einfach nichts und dann tut es mir halt auch leid. Da gibt es nicht, oh ja, aber die Eintracht ist eine raue Mannschaft, du musst das pfeifen, was du siehst und wenn du es nicht siehst, dann pfeifst du es nicht und wenn es dann einen Punkt aus die Maus, also ich weiß gar nicht und ich finde auch diese ganze Scheißdrecksdiskussion geht mir auch mega auf die Nüsse von wegen, dass die Eintracht die ganze Zeit so brutal spielt. Natürlich haben wir einen raueren Stil, aber viele andere haben auch einen raueren Stil. Das sind auch alles nicht nur Gänseblümchen, die da in der Bundesliga rumwuseln, da sind auch harte Fußballer und dass die Eintracht vielleicht nur diese Möglichkeit gesehen hat, irgendwie erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, ja tut mir leid, aber dafür gibt es ja dann auch ein System, wenn es ein faul war, war es eine faul rote Karte, aber so auf Verdacht zu entscheiden. Nee, nee, ich bin einfach, ich bin echt immens sauer und ich habe auch echt keine Lust, dass dieser Fokus genau darauf geht, denn der Fokus muss darauf gehen, dass die Mannschaft ein ordentliches Spiel gemacht hat und dass sie jetzt in Ruhe weiter fokussiert arbeiten muss um an ihrem Spielsystem zu feilen, um trotz der vielen Verletzten, um mit den, sag ich mal, Rekonvaleszenten, die langsam kommen, wieder zu einer Einheit zu werden und die nächsten Spiele nach Bayern München einigermaßen erfolgreich zu gestalten. Das muss der Fokus sein und ich will auch nicht, dass es hier eine negative Spirale gibt. Das kann nicht der Ansatz sein. Finde ich auch, das ist wichtig festzuhalten, das gehört nicht zu diesen Spielen, die die Eintracht irgendwie so ein bisschen verbaselt hat, sondern das war eigentlich, eigentlich wäre das das Spiel gewesen, was einen Aufwärtstrend einleiten hätte können. Wenn nicht die angesprochenen Sachen passiert werden, das ist mir wichtig, das festzuhalten, weil ich sehe es nicht so, als dass man es so abtun könnte, das ist jetzt halt mal passiert und man hat ja auch mal Pech gehabt, nee, das ist eine eklatant heftige Fehlentscheidung, wann das Punkt kann mir jetzt nicht ändern, aber ich will es trotzdem festgehalten haben und in der Diskussion berücksichtigt, wenn es jetzt hier heißt, die Eintracht zu einer Krise und so ein Scheiß. Bezüglich der Spielherde, ganz kurz nochmal, ihr hattet ja vorhin das Kovac-Interview auch angesprochen, Kovac hatte ja da medial zumindest verkündet, er hat seinen Spielern dazu geraten, weniger hart zu spielen, Zweikämpfe sozusagen zu meiden oder mit Feenhandschuhen sozusagen anzufassen, das auch ja nicht irgendwie, ja, ja, nee, also es ist ja, im Endeffekt, der sagt das natürlich medial extrem hart und so kann es ja auch nicht laufen, du musst ja die Zweikämpfe gehen, aber kann das auch ein Grund sein für nachfolgende Spiele jetzt, um dieses Image wieder wegzubekommen, seid ihr dafür zu sagen, wirklich versucht ein bisschen euren Spielstil zu ändern oder sagt ihr, solange es im Grenzen bleibt und es ist im legalen Bereich, irgendwann werden die Schiedsrichter sich schon auch dran gewöhnen und werden sehen, dass die Szenen nicht härter waren als bei anderen Schiedsrichtern oder bei anderen Vereinen besser gesagt und werden es dann nicht mehr pfeifen oder nicht mehr so komisch pfeifen wie momentan, wie seht ihr das denn? Weil ich sehe es ein bisschen problematisch zu sagen, spielt nicht mehr so hart, denn es ist ja im Endeffekt das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wo kommen wir denn da auch hin? Marvin hat es auch vorhin angesprochen, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt überlegen müssen, was die Schiedsrichter über uns denken? Also es gibt Regeln, da kann man es dran halten, wenn die Eintracht in den Foul begeht, dann gibt es gelbe Karte, so. Aber wir können da nicht jetzt überlegen, ja ich kriege jetzt wahrscheinlich eine gelbe Karte als der Gegner, weil ich vorher schon irgendwie, also das sollte man komplett aus der Diskussion lassen, finde ich. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst, denn du hast, du hast ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine, wir müssen uns aber auch mal Gedanken machen, worüber wir hier gerade sprechen, dein Spielstil, hier ganz ehrlich, der Hector, der kann nicht anders, außer diese Körperlichkeit an den Tag legen. Es gibt auch gewisse Limitationen und dann können wir nicht sagen, ja gut, du spielst so schön, hier spielst du wie ein Tausendfüßler, nee, es geht halt einfach nicht. Manche Leute haben es einfach nicht in diesem Maße drauf, das können auch hochklassige Spieler sein, die trotzdem dementsprechende Präferenz haben und es wäre das Allerfalscheste, wenn wir jetzt sagen, wir spielen nur so, wie sie uns haben wollen, denn dann verlierst du an Bissigkeit, dann verlierst du auch diese Robustheit. Die Eintracht muss ganz im Gegenteil weiter daran setzen, früh den Gegner zu attackieren, wieder ein unbequemerer Gegner zu werden. Das, das ist das, wo wir irgendwie zurück müssen. Genau. Dürfen wir uns überhaupt nicht von dem Medienecho irgendwie blenden lassen oder beziehungsweise in eine Richtung drängen lassen. Das wäre falsch. Die Eintracht muss ihren Weg finden, selbstbestimmt, nicht durch äußere Umstände. Das ist der eine Punkt, was ich anmerken wollte, was der geschätzte Bierernst gerade im Chat auch schreibt, ist, dass ein gewisser Anteil der Karten natürlich auch nicht durch Fouls entstanden ist, sondern durch diese vielen Meckereien, die wir da auch auf dem Platz haben und durch so Nicklichkeiten. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Ja, also das ist ja auch, wenn du die mal abziehst, dann ist es das eine. Dann hast du natürlich, wie du gesagt hast, diese persönlichen Unzulänglichkeiten bei manchen Spielern. Du musst aber auch generell angucken, wie die Eintracht oder mit welchem System die Eintracht spielt im Vergleich zu anderen. Viele andere Mannschaften spielen mit einer Raumdeckung. Wir spielen viel mit Manndeckung und mit Pressing. Das heißt, du bist per Definition schon erstmal in vielen Wertzweikämpfen drin, weil du den Ball nicht im Passweg, sondern direkt vom Spieler irgendwie dir abgreifst, dann ist das auch vollkommen normal, dass dann da einfach mehr Zweikämpfe sind und dann vielleicht auch mehr Karten. Ich finde unser Spielsystem oder unsere Art und Weise gar nicht so stark übertrieben hart, wie alle das irgendwie tun. Und hinzu kommt auch, dass das, was Basti vorhin ja schon angemerkt hat, dass ja, da sind so Dinge wie ein Rewitsch, der dann dem Freiburger auf den Fuß tritt, aber der hebt halt auch ab, als wenn er irgendwie 42 Raketen im Hintern hätte, die alle auf einmal gezündet worden sind. Das, finde ich, ist halt auch so eine Unart, die sich momentan durch sämtliche Fußballspiele, egal wo, durchzieht und die Schiedsrichter fallen halt auch zu einem gewissen Grad drauf rein und greifen es halt einfach auf. Wenn es auch so eine Eindeutigkeit gewesen wäre, wäre es ja auch nachträglich bestraft worden, muss man ja auch dazu sagen. Also meiner Meinung nach, klar auf den Bildern, es sieht unglücklich auch teilweise aus. Ich will ihm da gar nicht, auch gar keine so große Absicht eventuell dann auch unterstellen, weil wenn das unterstellbar gewesen wäre und der Schiedsrichter hätte dann entsprechend so, ich weiß nicht, wie ist das denn mit der Tatsachenentscheidung? Was hat denn Perl an dem Tag zu der Situation gesagt? Hat er überhaupt irgendwas im Spielbogen hinterlassen? Weil ja das Sportgericht hat ja gesagt, das ist nicht strafwürdig. Also muss er ja entweder was dazu geschrieben haben oder das Sportgericht sagt, nö, das kann man nicht sagen, dass das wirklich Absicht war. Ja, es ist ja auf jeden Fall nicht, es wurde ja auf jeden Fall nicht noch nachträglich penalisiert. Also gibt es doch, kann man ja gar nicht drüber reden. Also ich meine, weißt du, ich meine, das ist jetzt final, das wird nicht penalisiert, es gibt keine weitere Diskussionsgrundlage, hier darüber zu reden. Für mich ist die Sache jetzt auch gegessen. Und natürlich ist es so, dass Rebic sowieso ein sehr robuster Spieler ist, der auch nicht umsonst so viele Karten auf seinem Konten, so ein großes Kartenkontingent hat. Der ist natürlich ein Spieler, der eine rauere, aber gleichzeitig auch ein vitaler Faktor in diesem Spiel ist. Also er ist ja nicht das nur, er ist halt vom Typ her ein spritziges Kerlchen mit einem Hang zur robusten Spielweise. So kannst du es sagen. Und andererseits tut er der Mannschaft ja trotzdem auch gut, wenn ich das sehe. Ein bisschen Assi tut uns gut, genau. Ja. Haben wir immer gefordert die letzten Mal. Wir haben immer gefordert, dass wir nicht mehr diese Schwiegersöhne haben wollen und Aigner guckt auf den Boden, Maik guckt auf den Boden, sondern du willst halt immer so Maskarels und Rebic haben, die nicht auf den Boden gucken, sondern den anderen Leuten ins Gesicht und sagen, was willst du denn? Es ist ja auch nicht so, dass wir die einzige Mannschaft da mit sind. Guckt ihr doch Ribéry bei den Bayern oder sonst irgendwo an. Die sind doch da auch nicht viel anders da unterwegs. Da muss man auch mit der Kirche im Dorf passen. Das ist im Endeffekt ein schmaler Grat, diesen schmalen Grat, das ist ein schmaler, weil du kannst ihn auch überschreiten und dann schadest du dir auch. Das schadet uns ja auch. Die Spielweise, die wir an den Tag legen, hilft uns auf der einen Seite, dass wir uns nicht mehr so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen. Er schadet uns ja aber auch in dem Sinne, dass wir oft Sperren haben und du hast jedes Spielsgefühl, der hat seine vierte gelbe Karte im neunten, der kann gesperrt werden, zack, kommt die Karte. Das ist dann das Ergebnis da draus. Da musst du überlegen, ob du da irgendwie einen Mittelweg findest und du brauchst auch einen Mittelweg im Spielfluss. Wenn du zu hart spielst, dann kommst du ja selber nicht ins Spiel rein. Aber ich finde, die Eintracht hat es diese Saison gut gemacht und wenn die Diskussion nicht von außen reingetragen worden hätte, hätte ich die zum Beispiel gar nicht so empfunden, als dass die Eintracht, boah, die Eintracht spielt echt hart. Es gab Zeiten, wo du das Gefühl hattest, der Augsburg hat eine Zeit lang, die spielen glaube ich immer noch so sehr, sehr hart und die sind bewusst, das war Teil ihres Spiels. Das hatte ich bei der Eintracht nicht so gut, kann auch sein, dass ich die Eintracht-Brille da auf habe. Hatte ich aber nicht. Es kam jetzt irgendwie, aber ich habe das Gefühl, es kam eher durch die Statistiken als über irgendwelche anderen Beweise, die irgendwie auf dem Feld zutage getreten sind. Sondern ich habe das Gefühl, das ist eine reine Statistik-Diskussion geworden, als irgendwann das sich angedeutet hat, ja gut, die Eintracht ist der 18. in der Fairplay-Tabelle. Da wurde das einfach so abgeleitet, ohne und ich habe es jetzt nicht gemacht, deswegen kann ich sie nicht, ich würde aber gerne mal gucken, wenn, was Kovac gesagt hat, ja davon musst du schon so und so viel gelbe Karten abziehen, weil die mit Härte nichts zu tun haben. Weil eine gelbe Karte ist ja nicht trotzdem ein 1-zu-1-Implikator für ein rüdes Spiel. Es gibt taktische Fouls, es gibt Meckern, es gibt unglückliche Zusammenstöße, sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, ob man die Statistik hernehmen kann und sagen kann, die Eintracht ist eine Treter-Truppe. Weil das sehe ich nicht so. Ich habe eigentlich auch ein paar Spiele von Eintracht diese Saison so zufällig mal gesehen und den Eindruck habe ich, den habe ich einfach nicht. Und ich finde, dass es wichtig ist, noch mal zum achten Mal heute zu betonen, dass die Diskussion niemals in diese Richtung ablaufen darf. Weil gegen Freiburg haben wir weder getreten, noch richtig scheiße gespielt, sondern wir wurden beschissen. Punkt. Weiter geht's. Letzter Hinweis aus dem Chat zu dem Asi-Thema. Kevin Großkreutz ist ja jetzt ohne Vertrag, der würde da vielleicht das Konzept ganz gut reinpassen. Ja, ihr werdet jetzt lachen, aber ich würde den sofort nehmen. Ja, hat der Chat auch schon geschrieben. Die Frage ist halt nur, kann der defensives Mittelfeld und kann der mit beiden Beinen? Der kann auf jeden Fall jetzt nicht mehr zur Eintracht kommen, weil es zu spät ist. Ja, das ist richtig. Zwei Aktionen hatten wir im Spiel noch ganz am Ende. Einmal den Freistoß geschossen von Rigota, der ganz knapp vorbei war und dann diese aus meiner Sicht eigentlich 200-prozentige Chance von dem Fußballgott, der nach fünf Ballkontakten das Ding irgendwie da nicht über die Linie drückt. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen die Kirsche auf der Sahna-Meldung. In der Hinrunde wäre er auf jeden Fall reingegangen, ja. Ja, das war halt sehr ärgerlich. Und immerhin, ich muss da sagen, auch er hatte mir leid, dass ich jetzt nicht in die negative Meinungsmaschinerie mit einstimme, aber ich muss halt sagen, insofern fand ich es noch gut, dass die Eintracht wenigstens nochmal eine Drangphase hatte, dass sie es probiert hat, nochmal das Ding zu erzwingen. Aber es hat leider nicht geklappt, denn zuletzt, in der letzten, allerletzten Minute, in anderen Situationen machst du dann wenigstens noch den Ausgleich. Und dann hätte das Stadion auch wieder gebebt und da wäre wieder Feuer drin gewesen, auch wenn selbst ein Punkt gegen Freiburg eigentlich zu wenig gewesen wäre. Aber es ist halt, es ist halt so, du musst dir richtig hart wieder alles erarbeiten. zurück auf die Grundlagen, zurück zu einem geschlossenen Spielkonzept aus der Defensive heraus, wackelig oder nicht. Und das ist halt, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wir sind jetzt genau ein Jahr mit Kovac unterwegs. Und wenn wir überlegen trotzdem, wo wir jetzt gelandet sind in diesem einen Jahr, dann muss ich sagen, dass es herausragend, dass wir jetzt unser erstes großes Tief haben, das gebe ich der Mannschaft, gerade in dieser Konstellation. Und wir müssen einfach weitersehen. Und das habe ich auch das Gefühl. Ich habe eigentlich, also bin aus dem Stadion rausgegangen, da waren die Fans, waren traurig, aber trotzdem war das nicht, dass jetzt irgendwie, ah, ihr Wichser, ihr verspielt gerade Europa, sondern nach dem Motto, ja Leute, es ist halt einfach so. Ja, genau. Und das hat, genau das habe ich ja auch noch hier auf meinem Zettel stehen. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit Spielen aus Fee- oder Schafsaisons, wo du das Gefühl hast, die Mannschaft vertrottelt es gerade. Also das, ich finde trotzdem, was du mal sagst, auch ganz, ganz wichtig, weil es ja auch trotzdem, für die Zukunft jetzt eine Rolle spielt, wie man sowas sieht. Kovac hat hier bei uns sich einen Riesenkredit aufgebaut, zu Recht hat er den. Und die Mannschaft jetzt auch noch, dass du so Spiele, wie ein paar schludrige Spiele, Leipzig, Leverkusen, so ein bisschen blöd, alles, dann stellst du dich gegen Ingolstadt ein bisschen dumm an und dann hast du jetzt Pech. Aber die, ich glaube, du sie kannst an den Eintracht-Fans trotzdem immer gut ablesen, wie die Einstellung von der Mannschaft auch ist. Ob eine Mannschaft sich irgendwie vertrottelt hingibt, dem, was sie passiert, was wir oft erlebt haben, da nehme ich immer mein Lieblingsbeispiel, als wir alle zusammen in Köln waren so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, die ergeben sich einfach. Ja, das ist genau. Wo wir jetzt nicht nach dem Spiel sagen, oh, die hatten aber Pech und der Arme und hier, sondern nee, du siehst deine Körpersprache, du siehst es an Reaktionen nach dem Spiel und alles. Da bin ich auch noch positiv gestimmt. Schade ist es trotzdem ein bisschen. Es ist schade ein bisschen, dass man das Gefühl hat, in diesem Monat jetzt, in den letzten 30 Tagen ist die Saison so ein bisschen in die Grütze gegangen, mit eigenem Zutun, mit ein bisschen Pech und mit allem, dieser Hashtag X ist uns jetzt komplett um die Ohren geflogen. In der Hinrunde hat noch viel geklappt. Es ist ein bisschen schade, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, die Stimmung ist gut, wir sind im Pokalhalbfinale und wir sind immer noch in der Verlosung um die Europapokalplätze. Klar müssen wir uns jetzt neu sortieren und wahrscheinlich schaffen wir es auch nicht. Trotzdem, meine Güte, also ich habe lieber irgendwie die 10-prozentige Hoffnung, irgendwie in der Europa League noch zu spielen, als zu überlegen, ja scheiße, wo kriege ich jetzt Relegationskarten her. Genau. Ja. Wenn wir schon gerade bei dem Thema dämlich sind, dann magst du denn der in der Halbzeitpause. Was hat er gesagt? Wir sind hier nicht beim Frauenfußball. Wir sind hier nicht beim Frauenfußball, das ist immer noch Männerfußball, den wir spielen. Klassischer Rudi-Fußball, Völlerspruch würde ich es jetzt mal nennen. Eigentlich ja. Aber was ich sagen muss, hat mir auch überhaupt nicht gefallen, weil es so dieses typische, das ist so ein Spruch, der auch von Neuruhrer oder so kommen könnte. Da könnte jetzt hier original im Sport1-Fan-Sufftalk da sein. Passt mir nicht, aber ich finde gut, wie der Eintracht reagiert hat, ehrlich gesagt. Das Video, was die heute gepostet haben. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon gesehen habt. Marc Schnellerer wurde heute, um sich mit dem Thema Frauenfußball mal auseinanderzusetzen, zur U17-Frauenmannschaft zum Training eingeladen und musste sich da wilden Buh-Rufen stellen und als Bestrafung musste er ins Tor und die 17 Spielerinnen durften mit dem Ball auf sein Hinterteil schießen. Voll spannend. Arscherbolzen wie früher beim Hochball. Genau. Finde ich gut, weil da kann man nämlich so aus so einer Sache auch die Skandalisierung rausnehmen und trotzdem zeigen, dass man es nicht in Ordnung gefunden hat. Ich finde, da hat die Eintracht einen sehr guten Weg gefunden, muss man an der Stelle auch mal lügen. Ja, absolut. Also das muss ich auch sagen, herausragend. Das muss man wirklich, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, wie souverän mit so einer Situation umgegangen wurde. Herausragend. Das muss man ganz klar sagen, finde ich absolut stark und setze das richtige Zeichen zur richtigen Zeit. Blick nach vorne. Das Spiel ist rum. Wir können da jetzt nichts mehr dran tun und jetzt geht es nach München am kommenden Samstag 15.30. Und ich habe jetzt die Frage an euch, machen wir die Eintracht aus der Hinrunde und ergaunern unseren Unentschieden oder machen wir den HSV und wird es knapp zweistellig? Das ist wie so auf dem Leben. Also zweiteres glaube ich nicht. Genau, genau, genau. Puh, also ehrlich gesagt ja, das erwarte ich, weil ich erwarte erstens mal gar nichts und ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Ich habe das Spiel komplett gedanklich schon abgeschenkt. Das ist halt dummerweise genau so. Das ist so wie spielfrei, wie Lennart in Pause. Andererseits, hey, weiß nicht, keine Ahnung, ich meine, was sollen wir machen? Natürlich kannst du jetzt mit Mann und Maus dagegen stehen und kannst jetzt alles versuchen, jetzt alles, in Hashtag alles rauszuhauen oder so. Aber Leute, die richtigen Spiele kommen leider wirklich weit anders. Vielleicht sollten wir es dazu nutzen, Spiele einzuführen, wieder an das Spiel heranzuführen. In der 45. Minute bringe ich, ja, bringe ich Russ, um ihm mehr Spielpraxis zu geben. Solche Sachen in der einigermaßen, ja, also das ist das Einzige, was ich habe, ich habe da überhaupt keine Hoffnung. Also ich weiß gar nicht, ich weiß noch gar nicht genau, wie wir hier überhaupt vonstatten gehen sollen. Ich weiß nur, dass der Eintracht da nichts holen wird. Ja, habe ich auch. Also. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich denke auch, ich denke mal, dass die Abwehr leider immer noch relativ dezimiert sein wird. Ich glaube, Utschipka ist ja auch gesperrt. Genau, z.T. Gelbe Karte. In Verteidigung, Abraham darf dann, glaube ich, wieder. Korrekt. Vallejo ist, glaube ich, noch in Behandlung. Also fällt auf jeden Fall noch aus. Ja, wird schwierig auf jeden Fall. Also ich denke, du wirst einige Buden hinten fangen. Ich hoffe, dass wir frühzeitig dann ein bisschen defensiver stellen und nicht versuchen, noch wunderbaren Fußball nach vorne mitzuspielen, dass das Torverhältnis auch noch voll vor die Hunde geht. Nee, aber ich gehe auch von aus, also realistisch ein 3-0 oder sowas kann es auf jeden Fall geben. Ja, genau. Die Eintracht ist trotzdem auch in dieser Saison einfach keine amorale Gurkentruppe. Das muss man mal so festhalten. Für mich ist es so, dass die Eintracht bislang in dieser Saison jetzt natürlich in der Rückrunde oftmals jetzt auch nicht das Glück gehabt und dementsprechend auch schlecht gespielt hat. Aber es war nicht so, dass ich sage, okay, jetzt lassen die sich komplett abschlachten gegen die Bayern. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Das wird ein 0-3, das kann gut passieren. Aber selbst dann, ja, und weiter, und weiter. Es geht immer weiter. Wir sind jetzt mit 35 Punkten noch akzeptabel unterwegs und unsere Punkte werden auf dieser Strecke noch woanders liegen. Wie siehst du das denn, René? Was meinst du denn? Also ich denke auch, dass wir das, also wenn wir das Ding gewinnen sollten, dann wäre das schon ein extrem glücklicher Zufall. also da muss viel passieren. Für mich tendenziell auch, das Maximale, was geht, ist irgendwie ein Unentschieden. Und ich finde auch, das sollten wir uns da rausholen, weil mit Blick auf das Torverhältnis wäre das schon für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das am Ende dann doch noch so ein bisschen was entscheiden kann. Und ich glaube, es würde auch von der Stimmung her für die Mannschaft extrem gut sein, wenn wir es in der Tat schaffen, da sogar irgendwie mit einem Punkt nach Hause zu gehen, um einfach den ganzen Mist, der in den vergangenen Spielen war, da so ein bisschen zu vergessen. Aber wahrscheinlich ist realistisch, dass wir irgendwie mit einem, entweder mit einem knappen 2-1 oder mit einem 3-1 da verlieren. Aber bevor wir zu den Tipps kommen, vielleicht mal Aufstellung. Und Schipka fällt, wie gesagt, mit Gelbsperre aus. Abraham kommt zurück. Ich hatte gerade eben versehentlich gesagt, dass Schipka die zehnte gelbe Karte ist. Das ist, glaube ich, erst die fünfte. Da habe ich mich vertan. Valerio kommt, wenn überhaupt, erst gegen Abraham, gegen den HSV wieder. Ja, wie gehen wir denn aufstellungstechnisch in das Spiel? Ich glaube, Radecki ist vollkommen klar. Ja, Schettler, Hector, Hasebe, dann Abraham, links Tavata wahrscheinlich. Also ähnlich wie gegen Freiburg, nur dass wir Otschipka gegen Abraham tauschen. hinten reingestellt noch, ja, im Endeffekt. Ich glaube schon, ja. Ich muss aber auch nochmal sagen, wenn ich auch gar nicht mehr als Einzerexel-Spieler brauche, ist leider der Taraschai. Ich will nicht den Stab der Einzelsspieler brechen, ehrlich gesagt, aber man muss ja schon, ich kann, ich kann nicht mehr an mich halten. Also Taraschai ist leider ein Spieler, den ich auch nicht mehr so wirklich in dem System sehe. Nee, braucht man nicht, nein. Und das Ding ist, zusätzlich musst du sehr vorsichtig sein, wie du mit Varkov jetzt umgehst. Den hast du jetzt reingeworfen und der war unglücklich, der tut für so einen Spielern auch nicht sehr gut. Also ich weiß nicht, wenn, entweder du bringst ihn mal von Anfang an oder erst mal gar nicht, weil immer diese Einwechslung bei einer ungünstigen Spielsituation, weiß ich nicht, ob die ihm da so hilft. Also der muss jetzt behutsam aufgebaut werden, aber ansonsten gehe ich der Aufstellung, die der Dennis jetzt schon angerissen hat, gehe ich mit. Ich würde auch insgesamt einfach so wenig wie möglich ändern, weil sonst die Spiele haben es ja nicht schlecht gemacht gegen Freiburg. Aber Meier vorne drin von Anfang an, oder? Also bei so einem Spiel gegen Bayern ist das doch normalerweise was, wo du so ein Meier, da kannst du den immer gut gebrauchen, wenn du relativ defensiv spielst, vorne mal einen rumstreunenden Meier, der eventuell irgendein Gurkending reinmacht. Also ich denke, da könnte man... Meier überzeugt mich in den letzten Spielen jetzt auch so gar nicht. Ich meine, der ist auch viel eingewechselt worden, aber... Ja, der hat da die Chance noch gehabt, aber normalerweise ist sowas überhaupt nicht ein Meier. Sein Spiel, und gerade gegen die Bayern, wenn du sehr defensiv spielst und vielleicht mit langen Bällen teilweise arbeitest, dann glücklich mal einer fällt, ja, dann ist Meier normalerweise immer für ein Tor gut. Also ich würde Meier normalerweise gerne sehen bei dem Spiel. Das ist so ein typisches Spiel, wo ich sage, ja, da gefällt mir ein Meier. Also gerade jetzt um das Barcock-Thema nochmal anzusprechen, das habe ich auch von daher nicht gegen Freiburg verstanden, weil Freiburg ja doch gerade zum Ende hin sehr stark hinten drin gestanden hat und Barcock ja dann auch eher ein Spieler ist, der mal über einen Dribbling da irgendwie reingeht, aber wie willst du mit dem Dribbling dich da irgendwie durchsetzen, wenn dann da zehn Mann auf der Linie stehen. Da hat sich halt überhaupt nichts angeboten, von daher habe ich das an der Stelle nicht verstanden. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Gacinovic gegen Freiburg auch recht wirkungslos fand. Wäre für mich halt die Frage, ob er gegen Bayern irgendwie da nochmal was bekommt, wobei du hast halt einfach auch wahrscheinlich relativ wenig Varianten dann auch an dieser Stelle. Ich würde sagen, dass du Gacinovic trotzdem weiterstellst. Also das ist halt noch für mich mal der Unterschied zu Barcock, den ich jetzt noch schützen will. in einer gewissen Art und Weise, aber bei Gacinovic, den drückst du jetzt hier durch, den drückst du so lang durch, bis er entweder keinen Bock mehr hat, weil ihn das selber nervt, seine Leistung, oder er einfach nochmal eine Schippe drauf legt. Wir haben auch, ich denke, da gibt es nämlich keine Option. Also wenn wir sagen, wir gehen dann aufstellungsmäßig mit so wenig Änderungen wie möglich da rein, dann wären wir im Mittelfeld, Rebic, Gacinovic, Mascarell und Blum und vorne dann Meier. Also ich hätte gerne Meier gesehen. Also ich kann, wir können auch Ragota stehen lassen und Meier an einer anderen Stelle, wenn du ein bisschen umstellen willst, aber Ragota hat ja kein schlechtes Spiel gemacht eigentlich. er hat auch einen Tor geschossen. Also ich meine, das ist halt auch fies. Ich meine, Ragota hat das Ding. Ja, aber das kann man ja beides, also Ragota und Meier haben ja auch schon zusammengespielt. Also du kannst ja auch wieder dieses Jahr. Du musst im Mittelfeld einen wegnehmen. Ja, ja, aber du könntest ja auch theoretisch einen 4-4-2 spielen einfach und zwei ganz stark defensive Sechser, dann hast du auch hinten sechs Leute. Ach so, dass dann Hasebe wieder ins Mittelfeld reinzieht neben einem... Ja, oder Varela, keine Ahnung. Also wenn ich, also Danny Blum hat mich nicht überzeugt, habe ich Bielefeld ja schon mal gesagt, auch wenn er da getroffen hat, der ist für mich noch zu umständlich in seinem Spiel und auch teilweise zu eigentlich nicht ein paar Spiele, aber die können wir auch nicht eingeben und ich wäre da bei Marvin und ich würde Giacinovic weiter durchdrücken, weil er trotzdem einer von den Spielern ist, die bei uns am meisten Potenzial nach oben haben, was Marktwert betrifft und Leistung und durch dieses Bad, was er gerade, das muss er jetzt nehmen. Das ist, glaube ich, so, dass du dieses Tal und dann kommen dann wieder diese berühmten Aussagen irgendwann in ein paar Monaten. Ja, die Zeit, wo es sie nicht so gut war, die hat mich nur stärker gemacht und bla 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 bla. Da ist ja aber trotzdem was Wahres dran. Das muss er jetzt machen. Rebic würde ich auch weiterstellen und vorne ist halt die Frage. Also dann hättest du quasi hinten die Viererkette mit einem Hasebe, der sich aus dem Mittelfeld dann mal zurückballt das Mittelfeld. Rebic, Hasebe, Mascarell, Gacinovic und vorne Maja, Regota. Also klassisches 4-4-2. Genau. Ja, und dann hättest du 4 vorne und 6 hinten und einfach langen Hafer und gucken, dass so die hochstehende Bayern-Abwehr, obwohl ja unter Anschluss ja auch nicht mehr so hoch steht. Ja, ob du Glück hast vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, Boateng ist wieder fit, der wird vielleicht dann mal sein erstes Spiel machen. vielleicht stolpert der auch mal. Aber ansonsten hat der Marvin es ja gesagt und ich finde, er hat ja jetzt kürzlich auch gegen Bayern gespielt, dass der Axel in seinem Blog das gut beschrieben hat, dass diese Spiele gegen Bayern, die haben einfach ihren Zauber verloren. Früher war das immer so, uh, gegen Bayern und du hast hier, keine Ahnung, die anderen hat mal 4-1 gewonnen, Hagner und Matthias Becker und keine Ahnung, wir haben mit Nikolov mal da, keine Ahnung, Nikolov hat mal 16 Torschütze da gehalten und 0-0 gespielt. Wir sind da, glaube ich, sogar mal in Führung gegangen durch Meier, da war, wo von Beuthen dann irgendwie in der 19-Minuten-Aus-Tor macht, aber mittlerweile so seit ein paar Jahren ist das einfach zu krass, dass du diese Spiele gegen Bayern, die verlieren dann, zumindest dann auswärts, verlieren die ihren Zauber, finde ich, weil du einfach hinfährst und denkst, ah ja gut. Zu Hause ist es immer nochmal was Besonderes, aber auswärts ist es genauso. Ja, zu Hause würde ich uns auch da tendenziell mehr Möglichkeiten ausrechnen, aber in Bayern wird es halt schon echt schwierig. Du bist auch halt gar nicht mehr aufgeregt, also du bist nicht mehr so, ich kenne auch ganz viele, die fahren da auch gar nicht mehr hin, das war ja früher trotzdem, München ist eine schöne Stadt, kannst hinfahren, machen viele nicht mehr. Also Bayern ist echt so ein, ja nicht nur für die Eintracht, sondern für ganz viel ist es so ein Bonusspiel und das hat natürlich auch mit der Entwicklung in der Bundesliga zu tun, die dann auch noch zu einer gewissen Langeweile beiträgt, aber wir müssen jetzt durch und gucken, dass wir die positivsten Sachen da mitnehmen und wir haben das glaube ich letztes Jahr, in der letzten Saison bei dem Auswärtsspiel in München auch gesagt, du gewinnst ja nicht, aber dann musst du halt gucken und selbst wenn nur ein, zwei Spieler irgendwie irgendwelche wichtigen Erfahrungen sammeln, reicht das und wenn das Gatschinovic ist, der sich auf hohem Niveau mit solchen Leuten dort messen kann, dann ist es erstmal so und hofft man, dass man da irgendwas rausziehen kann und dass die Eintracht halt nur das Einzige, was da nur nicht passieren darf, die Eintracht darf dort keine vielen gelben Karten kriegen, gar keine Platzverweise und auf jeden Fall keine Verletzten. Das ist glaube ich das Wichtigste, was du zum Spiel mitnehmen kannst. Das ist das Allerwichtigste, ich glaube immer so. Was tippt da denn die Herren? Jo, ich sage halt 0 zu 3, also 3 zu 0. Passt dich? Ich sage 4 zu 1. Dennis? Dann nehme ich 3 zu 1. Ich sage 2 zu 1. Ich bin mal ein bisschen optimistisch. Kann man ja mal machen. Gut, dann kommen wir zur Eintracht-Gerüchtekiste, würde ich es jetzt mal nennen oder Thema aktuelles. Vallejo scheint fitter zu werden und könnte gegen den HSV wieder auflaufen. Das ist eine positive Geschichte, genauso wie Fabian, der ja auch wohl um das Spiel gegen den HSV herum wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Ich glaube nicht, dass er dann schon irgendwie auf dem Platz zu sehen sein wird, aber allein das Signal dass er da im Mannschaftstraining wieder einsteigt, wäre für mich ein ganz Wichtiges und Positives da einfach auch zu sehen, dass da vielleicht dieses Jahr doch noch zum Ende hin was geht. Dann ist ja auch erst mal Länderspielpause, oder? Dann ist erst mal Länderspielpause, genau. Ja, okay. Ist Pause und dann geht's zwei Wochen später erst wieder weiter gegen, jetzt habe ich den Kalender zu schnell zugemacht, zu Hause gegen Gladbach am 1.4. Genau, und das Wochenende dazwischen ist Pause und dann kommt halt die englische Woche direkt mit Gladbach, Köln und Bremen. Da wird's dann wieder interessant. Da gilt's, ja. Genau, HSV besprechen wir dann nächste Woche. Ein Thema, was wir letzte Woche geskippt haben, was Marvin nur mal so im Nebensatz angerissen hat, war das Thema, dass die Eintracht wohl überlegt, die Commerzbank-Arena zu kaufen. Ja, das war zumindest der Ansatz. Also die Eintracht hat darüber siniert für sie 50 Millionen, die Commerzbank-Arena von der Stadt Frankfurt zu kaufen, aber da hat die Stadt Frankfurt relativ fix gesagt, nee, da haben wir gar keinen Bock drauf. Macht natürlich so ein Deal, macht natürlich für die Stadt auch gar keinen Sinn, denn wenn du jährlich irgendwie 9,4 Millionen Miete von der Eintracht bekommst, naja, kann man sich ausrechnen, wie wenig Sinn das dann macht. Ja, klar. Und gut, gut, aber die 50 Millionen waren halt der Wert, der geschätzt wurde von irgendeinem Konsortium, weil ich weiß es jetzt nicht ganz näher, welches das war, dass das Wert des Stadions ist, diese 50 Millionen. Jetzt haben wir letztens, haben wir ja schon immer intern besprochen, Basti und Dennis, also realistisch ist es wahrscheinlich eher nicht mit 50 Millionen, sondern wir müssen es schon ein bisschen höher schätzen. Müsste ein bisschen mehr sein, ja. Aber auch da zeigt die Stadt ja keine Handlungsbereitschaft. Andererseits ist es so, du müsstest auch überlegen, da muss ja trotzdem einiges im Stadion gemacht werden. Das Stadion ist jetzt auch schon elf Jahre alt, also die sind ja nicht super toll in Form. Die Frage ist halt, oder beziehungsweise ich will anders anfangen, den Ansatz der Eintracht zu sagen, wir wollen Herr über ein Stadion sein, wir wollen lieber einmal eine große Summe vorstrecken und dann mit dem Lauf nicht mehr immer Miete zahlen zu müssen, sondern selber zu entscheiden, wer kommt zu uns ins Stadion, wer tritt bei uns auf, finde ich keinen schlechten Ansatz. Wenn die Eintracht in der Lage ist, sich das finanziell zu leisten, ist es ein gangbarer Weg und auch die Stadt wird zweimal überlegen müssen, ob sie das nicht wirklich eingeht, denn wenn die Eintracht aus irgendeinem Grund ein harter Hund wird und dann plötzlich sagt, okay, dann machen wir uns ein anderes Stadion, dann steht die Stadt nämlich auch scheiße da. Ja, klar. Das wäre mein Einwand jetzt gewesen, zu sagen, da muss die Eintracht auch mal genau das, was Mascarell und Rebic auf dem Platz machen, auf dem Außerhaltsplatz machen und sagen, ja, wisst ihr was, ja, viel Spaß mit dem Ding. Das ist auch echt alt und so geil ist es auch nicht. Da ist ein Dach drauf, was du nicht zumachen kannst, wenn es regnet und sonst irgendwas. Dann viel Spaß mit dem Stadion. Wir bauen uns ein Stadion, da machen wir schwarz-weiß-rote Sitze noch rein, das machen wir enger dran, das hat eine geile Atmosphäre und wir bauen uns nach unseren Vorstellungen und können auch alle Eintracht daraus kassieren. Weil im Endeffekt ist die Eintracht trotzdem ein Verein, der das stemmen sollen, also der müsste das eigentlich stemmen können, wenn nicht immer so diese Flickschußerei gemacht worden wäre. Und ich glaube, wenn du jetzt hier mal so ein bisschen die Eintracht umstrukturieren willst, was ja auch passiert, Gott sei Dank schon, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil du zahlst in horrendem Miet, ich glaube die Höchste in der Bundesliga für ein Stadion, was so geil ist, ist es auch nicht. Also es ist schon schön und du hast schöne Stehplätze, aber das ist jetzt nicht das schönste Stadion in Deutschland und diese blauen Sitze stören mich sowieso die ganze Zeit. Und wenn du daraus dein Stadion machen kannst, das hat ja nochmal auch auf die Atmosphäre noch einen Einfluss und alles mögliche. Ich bin dafür, auch wenn es blöd wäre, wenn es da halt nicht dort stehen würde, wo halt das Waldstadion steht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Stadt verstehen, die auch durch diese ganzen Veranstaltungen zusätzlich auch noch da einen Gewinn macht, die will sich natürlich da auch zum gewissen Grad nicht reinreden lassen. Zu sagen, okay, ihr entscheidet, wer da irgendwie reinkommt. Das ist für die natürlich auch irgendwie so ein Thema. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein gewisses Druckmittel, weil Alternativen gibt es halt auch irgendwo nicht. Ich verstehe absolut beide Seiten, aber wir müssen auch ganz klar sagen, dass die Eintracht einen Vertrag hatte, der lange genug gültig war. Und wie das bei einem Vertrag so ist, da werden die Würfe neu ausgespielt. Und wenn die Eintracht sagt, sie ist jetzt finanziell in der Lage, ein eigenes Stadion zu bauen, dann warum nicht, wenn die Stadt dementsprechend nicht einklingt. Das ist halt der Punkt, das ist eine Verhandlung. Ich meine, wir reden hier die ganze Zeit darüber, dass die mal einen Arsch in der Hose bekommen sollen und jetzt ist es an der Zeit, wenn die Stadt sagt, na gut, vielleicht müssen wir die Miete doch ein bisschen senken. Ich weiß, natürlich ist das Stadion einer der wenigen Stadion in Deutschland, die dauerhaft einen Plus machen. Und das ist ja auch mal, das ist natürlich nicht verkehrt, aber das hängt auch mit diesen hohen Einnahmen zusammen. Aber es gehört dazu und das ist halt dieses System, in dem wir uns befinden und da muss die Stadt dann auch dementsprechend sehen, dass sie irgendwie entweder einen kleinen Ball gibt oder es akzeptiert, dann überhaupt keinen Hauptmieter zu haben mit der Eintracht, wenn die Eintracht dementsprechend die Möglichkeiten hat, jemanden an Land zu ziehen, der bei der Stadionfinanzierung dabei ist. Anscheinend haben wir aber auch nicht nur oder zumindest wenn man in der Gerüchte gar geklaut, sind wir nicht nur bereit, Geld für ein Stadion zu investieren, sondern auch Geld für Spieler, die aus den Niederlanden kommen. Herr Basti. Ich habe es doch schon getwittert, ich will darüber nicht reden, das endet doch nur in Enttäuschung wieder. Also das ist ja nicht realistisch, dass David Klaas von Eichs Amsterdam zu Eintracht kommt. Das ist schön, das zu lesen, weil du dann drei Sekunden irgendwie denkst, oha, 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 um dann zu denken, ja okay, kann ich eh nicht, das ist wie wenn du dir, was weiß ich, im Saturn-Fernseher für 10.000 Euro anschaust. Da guckst du auch erst mal und denkst, oh geil, ich stehe auch vor, oh geil, darauf mal Pro Evolution zocken. Und dann zu denken, ja gut, 10.000 Euro gebe ich jetzt mit Sicherheit, da finde ich auch genau das Gleiche. Das wäre eine schöne Vorstellung, aber David Klaas wird zu 1.000 Prozent im Sommer leider nicht auf. Aber wenn man ganz ehrlich wegkommt, der kommt auch auf die Idee, was soll das? Die wollen uns doch ärgern damit. Die wollen nicht damit ärgern. Nee, alle. Aber ich meine, das ist doch diese Gerüche, was soll das? Absurdes Gerücht. Also es macht für mich auch rein logisch keinen Sinn. Vielleicht hat da einfach wieder jemand viel zu lange an seinem Fußballmanager 2013 gehangen, den er jetzt irgendwie geupdatet hat auf die Saison 2016, 2017. Aber das ist absurd und ich glaube, es lohnt sich nicht, großartig darüber zu reden. Das könnt ihr dann machen, wenn irgendwie der FIFA zockt, wenn der René hier wieder bei seiner Live-League da startet. Das ist für mich aus Italien. Ja, genau. Aber bei allem anderen wird das nicht eintreten. Gut. Dann sind wir mit Gerüchten und Akta-Elimm zur Eintracht schon durch. Ich würde gerne eure Meinung zu einem anderen Thema holen oder hören. Nicht holen, hören. Das ist das richtige Wort. Leverkusen hat sich am Wochenende endlich von Roger Schmidt getrennt und hat jetzt einen Interimstrainer bis Ende des Jahres namens Typhoon Korko, den man auch schon kennt. Ist das jetzt Gefahr für uns oder ist das positiv für uns? Also holen die uns damit jetzt noch ein mit dem neuen Schwung oder kann man sich jetzt bei der Mannschaft zumindest beruhigt zurücklehnen und sagen, ja, einer weniger auf der Liste, der uns gefällt. Also beruhigt zurücklehnen würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich denke, ein Korko ist im Endeffekt schwierig einzuschätzen, denn bei Hannover hat er so schlecht nicht funktioniert, muss ich sagen, auch wenn da jetzt der große Erfolg auf jeden Fall ausgeblieben ist. Eher schlecht war es dagegen bei Lautern. Also das war eine sehr, sehr komische Situation, wobei du momentan wahrscheinlich zu Kaiserslautern nur hingehen kannst und verlierst. Da habe ich gar nicht mehr so das Gefühl, dass sie in der nächsten Zeit in die Erstliga aufsteigen könnten. Aber Korko kann aber durchaus gut in dieses Konstrukt Leverkusen passen. Ich bin gespannt, das ist halt auf jeden Fall eine Wundertüte, aber ich glaube, dass unter Roger Schmidt zuletzt eigentlich, ich meine, sagen wir realistisch, die Eintracht hat ihn noch ein paar Wochen länger im Amt gehalten. Hätten wir nicht da einen absolut dämlichen Tag gehabt und unglaublich schlecht gegen Leverkusen ausgesehen, wäre das ein letzter Arbeitstag gewesen. Also du sagst, die Mannschaft ist eigentlich zu gut, um den Tabellenplatz jetzt zu behalten, auf dem sie momentan stehen dementsprechend. Ich denke, egal wer da jetzt gekommen ist mit Korkut und so weiter, also jeder wird das, wird jetzt wahrscheinlich noch wahrscheinlich unglücklicherweise an uns vorbeiziehen. Das sind fünf Punkte, das haben die relativ schnell eingeholt. Leverkusen ist halt eine Mannschaft, die die krasse Qualität hat. Ich glaube einfach, dass in der Mannschaft, wie der Dennis gesagt hat, die nicht froh sind, dass jetzt XY da ist, sondern die sind froh, dass Z weg ist einfach. Und da kommst du dann als neue Trainer hin und wenn du dich nicht allzu dumm anstellst, wird das jetzt kräftifreisetzen. Und da müssen wir dann drechen, dass Leverkusen uns überholt. Gladbach wird uns wahrscheinlich auch überholen. Ja, und dann battlen wir uns mit Hertha und Köln vielleicht um den siebten Platz, wenn wir Glück haben. Genau. Wenn wir Glück haben. Und wenn das bis in die 30er-Stage rein ist, immer noch so ist, dann ist doch alles gut, mein Gott. Dann haben wir noch ein bisschen Spannung drin, haben vielleicht noch die eine oder andere geile Auswärtsfahrt, vielleicht kommen wir ins Pokalfnade. Ich sehe es noch positiv, wenn natürlich so eine latente Enttäuschung ist in mir, weil du trotzdem erwische ich mich immer bei so Momenten, wo ich denke, oh, was wäre gewesen, wenn, hätten wir nur Ingolstadt und Freiburg zu Hause geschlagen, hätten wir jetzt sechs Punkte mehr, dann wären wir fett im Geschäft. Gut, ist nicht so, müssen wir zurechtkommen, irgendwie werde ich auch schaffen, aber ich befürchte, dass das eintritt, dass Gladbach, Leverkusen uns überholen und dann ist es auch egal, ob es Korkut ist oder nicht, weil ich, ähnlich wie der Marvin, ich sehe ihn gleich nicht so negativ wie viele. ich glaube, dass er eigentlich ein ganz guter Trainer ist, der vielleicht jetzt sogar die Chance hat, es endlich zum ersten Mal zu zeigen, weil in Kaiserslautern kannst du ähnlich wie wenn Trainer zum HSV gehen, glaube ich, keinen Trainer bewerten. Also du kannst ihn da nicht gesondert als Trainer dir anschauen und sagen, okay, der ist ein guter Trainer, sondern da spielen viele Umstände mit und ich glaube, vielleicht hat er jetzt diese Mannschaft, die geil ist, die haben richtig geile Kicker, die haben geile Jugendspieler und wenn der die hinkriegt, dann stehen die vielleicht sogar im Sommer vor dem selben Problem, was Gladbach auch hatte mit diesem Schubert, dass du dann denkst, na gut, eigentlich würden wir es nicht beilten, jetzt hast du aber sechs Spiele hintereinander gewonnen, was machen wir denn jetzt? Gucken wir mal. Okay. Dann lasst uns übergehen in unsere beiden abschließenden Standardkategorien. Wir fangen wie immer mit dem Dummschwätzer der Woche an. Ich habe mir zwei Nominierte rausgesucht, in einen haben wir gerade eben schon angesprochen, Marc Schenderer, auch wenn er da jetzt eine Strafe bekommen hat, finde ich, wer sich zu so einer saublöden Aussage in so einem Interview hinreißen lässt, der gehört einfach auf diese Liste. Und dann habe ich noch einen zweiten Nominierten, habe ich gefunden über Twitter. Vielen Dank an den Blog G. Die Redaktion von Sport1 hat versucht, mit einem wunderbaren Bild und einem wunderbaren Text extrem lustig zu sein, in dem sie gegenübergestellt hat, elf Deutsche auf dem Platz ein Bild vom SC Freiburg und unten drunter ein Bild von der Eintracht zehn Deutsche im Kader. Braucht man in der heutigen Zeit, auch wenn man irgendwie drunter schreibt, von wegen nicht alles immer so ernst nehmen, kann man sich das auch Ach, weißt du was? Er konnte einfach Sport1, aber es passt doch zu Sport1. Ja, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich sagen, das ist halt, das tut mir leid, das ist ein Stück weit rassistisch. Also, ja, ich meine, dann kann die Sport1 auch noch so drunter schreiben, ja, ist lustig gemeint. Leute, wenn ihr so mit dem Kindergartenhumor gesegnet seid, wie ihr das im Doppelpass immer macht, dann braucht ihr euch über einen scheiß Shitstorm nicht zu ärgern. Das war einfach eine mega beschissene Aussage. Und ja, dann die Jugendarbeit, dann wollen sie sich rausreden, als ob alle Spieler dort bei Freiburg groß geworden sind. Also, lasst doch mal die fucking Kirche im Dorf und solche und wir leben in einer internationalen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der wir froh sein können, dass die Eintracht überhaupt solche Spieler bekommt, sonst würde wir wahrscheinlich schon in der dritten, vierten Liga sein, weil wir es anders nicht finanzieren können, weil das ist ja genau das andere System. Wer sich heute darüber beschwert, dass die Eintracht viele internationale Spiele hat, der muss aber auch gleichsam mal überlegen, dass wir auf der einen Seite haben wir ein Medieninstrument, was die Eintracht in einer gewissen Art und Weise unter Druck setzt, auch gute Spiele abzuliefern und nicht einfach in der Drittklassigkeit zu verwurzeln oder auch mal abzusteigen. Die Möglichkeit, die können mal absteigen, dann ist es trotzdem kein Drama. Das heißt, da können sich Spiele leichter entwickeln. Und auf der anderen Seite können gute deutsche Spiele auch einfach Geld brauchen, weil es halt dieses globale Finanz, das ist, wo es momentan ist. so. Hallo? Ja, alle noch da. Ja, und das ist halt, weißt du, aber in Ländern mit so einem Haufen geknitterter Kacke, für mich stehe ich mal auf jeden Fall fest, nicht nur Dummschwärzer der Woche, also die Sport1-Zoten da, die Social-Media-Hansel, die müssen echt mal, die müssen sich echt mal Gedanken machen, was die überhaupt für eine Scheiße posten. Ich muss echt sagen, ich habe das erst mitbekommen, nein, ich habe das erst mitbekommen, als der gute Krieger das gepostet hat, davor als mir ist, weil ich den Vollpfosten natürlich nicht folge. Ich mache mir doch nicht absichtlich meinen Tag schlecht mit irgendwelchen halbgaren Witzen, den ein 13-Jähriger auf einem verfickten Schulhof hätte abklappern können. Was soll das denn? Also muss ich ehrlich sagen, hätte ich die gesehen, hätte ich denen mal ins Gesicht gekotzt. Also es ist eine Frechheit. Nein, es ist einfach eine Frechheit, was sich so Leute erlauben und meinen, dass sie hier großartig, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie dann alle schön in ihrem Profil irgendwas stehen, Sport1-Mitarbeiter, ja, musst aufpassen, seriös. Nein, ihr seid Vollpfosten, wenn ihr so eine Scheiße macht und da begebt ihr euch auf ein rassistisches Niveau und wenn ihr euch angesiedelt fühlt, viel Spaß dabei, das ist ja, das hat ja schon dieses Stammtischniveau, dann will ich mit euch kackpratzen, echt nichts mehr zu tun haben. Sorry, aber das geht gar nicht. Finde ich mega beschissen. Finde ich mega beschissen. Sorry. Ja, bin ich dabei. Hast du vollkommen recht, im Chat wird gerade eben angemerkt, dass dein Mikro versagt, das war ein Punkt in unserem Trinkspiel, von daher hoch die Tassen. So, wir haben noch einen Nominierten, den hat wahrscheinlich Basti da reingeschrieben, oder? Den hat wahrscheinlich Basti, das ist mein spezieller Freund die letzten Wochen, das ist ja Herr Reiner Wendt. Einer von den vielen, die du hast. Jaja, ich habe ja meine Liste, die veröffentliche ich bald mal. Ja, Reiner Wendt hat sich wieder geäußert, ich weiß nicht, ob ihr die Entwicklung um seine Person mitbekommen habt. Mit dem Geld, was er zufällig bekommen hat, weil er Werbung gemacht hat für ein Versicherungsunternehmen. Rein zufällig. Genau, rein zufällig hat er neben den merkwürdigen Zahlungen, die er scheinbar vom Staat kassiert, obwohl er gar nicht als Beamten soll, kassiert, obwohl er gar nicht als Beamter arbeitet, sondern nur für die Gewerkschaft da rumtut, was ein bisschen merkwürdig anmutet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet jener, Reiner Wendt, der zu allem und jedem, Fußball, Fan und sonst irgendwelchen gesellschaftlichen Entwicklungen und auch sogar Bücher schreibt, die Fresse aufreißt, auf eine populistische Weise, dass du das nicht mehr ertragen kannst und eine der unsäglichsten Personen in der Medienlandschaft ist, dass er jetzt in die Situation gerät, in Erklärungsnot zu sein, das gibt mir so ein bisschen aufs Gesicht und das kann man mir leider nicht verdenken und der hat jetzt den ganzen Tag die Krone aufgesetzt. Er hat leider mit Fußball, hat es eigentlich nur indirekt zu tun, aber was er heute gesagt hat, warum er sich dann weigert, obwohl er eigentlich verpflichtet ist, also du bist verpflichtet als Beamter deine Nebeneinkünfte darzulegen, obwohl er eigentlich verpflichtet hat, er hat gesagt, er will seine Nebeneinkünfte nicht offenlegen, weil das würde nur eine Neiddebatte auslösen, wo ich mir denke, ja genau, darum geht es gerade. Och, ich glaube, das passt so gut ins Bild, das Reiner Wendt, das spricht für sich selbst. Das ist auf jeden Fall einer, bei dem könnte mir tatsächlich, da wäre ich wahrscheinlich in Riesenschwierigkeiten, aber wenn der irgendwie mir was erzählen wollen würde, dann könnte mir tatsächlich so eine kleine Rückhand rausrutschen, dann wäre ich wahrscheinlich in großen Schwierigkeiten, aber das ist ein Gesicht, wo ich gerne mal reinschlagen würde. Ich habe es jetzt einfach offen gesagt, weil mir keine andere Formulierung eingefallen ist. Tut mir leid, Reiner, wenn du das hörst, das stimmt sogar. Ja, hier sind keine Fake-News, hier sind nur echte News. Ja, habt ihr sonst noch Nominierte für unsere Dummschwitzer-Kategorie? Quatsch, wir haben jetzt drei Leute, die sind so gut, also drei Institutionen, Personen oder Leute, also das ist doch herausragend. Sehr gut, ja. wenn man sagt, da geht nichts mehr drüber, dann gehen wir zu unserer nächsten Kategorie über. Ich glaube auch, dass der Sport1-Fantalk extra parallel zum Eintra-Podcast sendet, damit die raus aussehen müssen. Auf jeden Fall. Das muss man ja mal sagen, ich habe hier, das war heute ein grandioses Line-Up, Mario Barster, Thomas Hermanns, irgendein Kasper, der komische Moderator da. Der Pocher saß auch mit drin. Thomas Hermann, Peter Neuror, Oliver Pocher. Also da hast du wirklich alles erreicht. Die Crème de la Crème des Fußballer-Verstand. Also ich sage euch mal eins, die sterben bald aus. Also wenn wir mal realistisch sind, so einen Haufen gequirlter Kacke, die zieht sich noch so ein paar Jahre durch. Also die nächsten zehn Jahre wird der Mist noch funktionieren. Dass du froh bist, dass du den nächsten noch vollhorst. Irgendwie ancast mit, wenn es wieder Champions League gibt und dann ist halt, dann labert halt irgendein anderer Dummschwätzer, dann ist es nicht mehr Peter Neuror, sondern, keine Ahnung, Norbert Mayer ist dann in dem Alter, Max Kruse oder sowas. Ja, okay. Stimmt, ja, ist so. Aber andererseits, also das kann auch keine, das kann keine Entwicklung fürs Fernsehen sein. Also, und es hat schon Gründe, warum sich alles vom linearen Fernsehen wegbewegt. Genau solche nämlich. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich glaube, Marvin, da muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Ich glaube leider, dass der Fußball sich trotzdem ein Stück weit in diese Richtung entwickelt. Ja, das ist richtig. Und dass das, das ist, was viele anspricht auch, die dann zu Hause sitzen und sagen, ja, endlich sagt es mal einer. Wir haben eine Stammtischplaudere, ne? Genau. Und das gibt es leider so, ich hätte es nicht vermutet, aber es scheint ja so zu sein, wenn du dir Sky 90 teilweise anschaust, in was für eine Richtung sich das verändert hat. Und die verfügen ja trotzdem über große monetäre Mittel, um auch Marktforschung zu betreiben und vielleicht haben die rausgefunden, okay, das ist gewünscht, dass Guido Schäfer, Jessica Kastrop dort sitzen vor einem Aquarium, wo irgendwelches Vogelgezwitscher kommt, die dann irgendwelches Halbwissen über Fanszenen verbreitet und Jessica Kastrop gibt eine Expertise über Fanszenen ab. Das scheint so gewollt zu sein, das spiegelt sich an den Öffentlich-Rechtlichen teilweise wieder, wenn du so die Fußballdiskussionen bei Markus Lanz manchmal siehst, wenn Waldemar Hartmann dort sitzt. Scheinbar ist das so, scheinbar sind das diese Leute, auch die Meinungsführer. Und das ist eine Entwicklung, mit der komme ich ganz, ganz, ganz schwer zurecht, weil dort viele Sachen verdreht werden, viele Sachen werden dramatisiert. Ich habe es bei 93 die Gentrifizierung des Fußballs genannt und das schreitet voran. Das wird echt eklig werden, glaube ich, weil du mittlerweile Leute im Fußball hast, die sich zum Fußball äußern, denen du eigentlich gar nicht gerne zuhören wollen würdest, als eigentlich auch nicht machen würdest, da du dich aber über Fußball äußern, das trotzdem irgendwie in deiner Blase landet und du dich eigentlich nur noch aufregen kannst. Ich muss da genau, du sprichst einen sehr guten Punkt an, natürlich ist das off-topic, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht wusste, dass Gerhard Schröder mittlerweile im Aufsichtsrat von Hannover 96 setzt. Denn, ich gucke mir Spiele an von Hannover, aber selten in der Pressekonferenzen. Jetzt habe ich der gestrigen Pressekonferenz beigewohnt, habe mir in Sätzen festgestellt, dass da jemand labert, den ich kenne. Nicht nur, den ich jetzt vom Fußball her kenne, sondern von der Politik, von dem ich vor zwei Jahren auch schon gedacht habe, ja, also man kann deine politischen Ereignisse beziehungsweise Ergebnisse, das kann man bewerten, wie man will, fand ich teilweise auch ordentlich und so weiter und so fort. Das mag jedem selber überlassen sein. Aber was er da so von sich gelassen hat, habe ich gedacht, so mit Fußball, nee, also jetzt nicht so wirklich das Fachwissen. Also da muss ich sagen, das finde ich ja auch skurril, dass mittlerweile jemand wie Gerhard Schröder da sitzt, der sich glaube ich mittlerweile auch einfach nur noch gern reden hört und sonst nicht mehr wirklich viel macht. Also das ist alles sehr, sehr absurd, auch in diese Richtung, also dass du jetzt mittlerweile einfach irgendjemand installierst, nur weil er einen Namen hat. Aber gut, da würde ich auch nicht selber Ihnen gefallen. Aber ich wollte das nur mal kurz einwerfen, denn das ist nämlich auch so was, wo dann Leute in Positionen kommen, ohne großartig Ahnung davon zu haben. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Ja, das ist dieser Fußballbetrieb, dieser Selbsterhaltende, wo du das Gefühl hast, da kannst du teilweise echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist... Und außerdem ist dort Andermatt mittlerweile engagiert. Martin Andermatt, was hat der denn für eine Funktion? Das habe ich auch irgendwo... Haben die alle Kuriositäten jetzt zusammengewurschtelt oder was? Also ich habe es echt nicht verstanden. Der Junge, der war bei uns. Ich fand, das war ein beschissenes Jahr, als der Trainer bei uns war. Wie kommen denn andere Vereine da drauf? Und der hat sich auch, ehrlich gesagt, in der Schweiz in den letzten Jahren so ein bisschen durchgewuselt. Also es war jetzt nicht so, als wäre Martin Andermatt jetzt hier der Mega-Titel-Mensch gewesen, der unglaublich viele Gürtel... Gürtel sag ich schon, wir sind nicht beim Wessling. Der unglaublich viele Titel geholt hat. Also was ist denn da los? Das heißt ja kein Meistertrainer. Aber irgendwie hat er es da reingeschafft. Der ist mittlerweile als Berater tätig. Berater, das ist auch geil. Das ist eigentlich... Ich gestehe es, ich kritisier es gerade, aber das wäre eigentlich mein Traumjob. Ich bin Berater vom Verein. Was machst du? Ich mache nichts. Ich lasse mich zahle. So wie Paul Breitner beim FC Bayern. Wenn irgendwie gar nichts mehr funktioniert und du wahrscheinlich bei jemandem noch was gut hast, dann wirst du als Berater eingestellt. Ja, natürlich. Ich war das zurückgetreten, du Breitner, ja. Ja, ja. Ja, also gekündigt. Aber wer weiß, was Martin Andermatt in seinem Giftschrank hat gegen den einen oder anderen, dass er sich diesen Posten... Ah, das ist denn... Und jetzt kommt noch was Held dazu. Also Hannover 96 ist, was die Führungsebene betrifft, sehr gut aufgestellt. Wie Martin schon gesagt hat... Kind hält Schröder Andermatt. Also das ist schon die Achse des Bösen. So ein kuriosen Kabinett. Ja, auf jeden Fall. Also mir tun die Hannoveraner auch ein Stück weit leid. Da haben sie echt mit dem Trainer den Einzigen, der ordentlich ist, der so wirklich ein geerdeter Typ ist. Ob man das jetzt so herausragend finden soll oder nicht, okay. Aber ich meine, nur weil dir jetzt Martin Andermatt, der zweimal mit Vaduz Lichtensteiner Meister geworden ist, dann hast du trotzdem mir nichts erreicht. Aber gut, Kappt sie gerne. Aber gut. Ja, aber um den Hannover-Fans so ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Es gibt ja in der Liga Vereine, über die wir vielleicht ganz kurz auch noch reden können, weil es mich auch sehr beschäftigt hat. 1860 München ist ja tatsächlich nur noch die Karikatur eines Fußballfeinds irgendwie und wirkt wie aus so einem Schlechten, als hätte sich irgendeiner so eine übertriebene Komödie ausgedacht, was passieren, um dazu stellen, was passieren kann, wenn die 50-plus-1-Regel aufgehoben wird und leider ist das aber real, was da gerade passiert und das ist doch arg kurios. Ich weiß nicht, wie eure Takes dazu sind, aber ich bin fassungslos, ehrlich gesagt. Ich habe mich da so viel mit dem Thema beschäftigt. Ja, Pressefreiheit, die extrem eingeschränkt wird. Ero, den Teil habe ich noch mitgekriegt. Das ist geil, mit dem Jubeln wurde gesagt, hier, setz dich bitte weg hier. Hier wird nicht gejubelt für andere Teams. Ich wollte ja entfernen lassen, ja, ja, von den Gebühren, das stimmt. Das ist halt, also, ja, man muss auch hier echt überlegen, was hier eigentlich noch los ist. Ja, also, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, frage ich mich auch, was in der Satzung eines solchen Vereins steht, dass gewisse Dinge einfach nicht, oder auch des DFB oder der DFL, da muss es doch vielleicht auch diese Möglichkeit geben zu sagen, also, bis hierhin und nicht weiter. Andere Fans dürfen jubeln, Fans dürfen jubeln, das Kreuzland-Fußballspiel dazu, dass sowas vielleicht gar nicht festgeschrieben ist. Darüber muss man sich mal Gedanken machen, denn also, jeder, der 1860-Fan ist, der tut mir momentan leid, denn du kannst nicht guten Gewissens auf deinen Verein blicken. Das ist, also, mich wundert es, vielleicht sind alle mittlerweile schon abgestorben, aber die Revolution der 1860-Fans muss jetzt langsam kommen, sonst ist dieser Verein klinisch tot, denn es ist ja schon seit Jahren so, dass sie alles ein bisschen runtergewirtschaftet haben, nur weil der eine Herr jetzt Geld hat, heißt es nicht, dass er den Verein dauerhaft belebt, der killt das System von innen. Ja, das ist so richtig. Ja, und vor allem macht er den Verein zur Lachnummer, zur richtigen Lachnummer auf einer Ebene, die man sich nicht hätte vorstellen können, wenn man immer über irgendwelche Kegel-Verein-Präsidenten geredet hat, keine Sache, aber was da passiert, ist ja schon echt von der Merkwürdigkeit, die man sich... Nein, das hat ja auch Auswirkungen, wenn dann eben dieser Mensch mal nicht mehr da ist, weil wer soll das Thema denn da noch irgendwie ernst nehmen? Du verbrennst das Ding noch auf ganzer Linie. Also, du kannst das Ding halt wirklich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach nur noch den Verein nicht machen. was der Marvin gesagt hat, ist auch so eine Sache. Es ist gut, denn es sind auch manchmal Äffeln mit Bären, aber ich finde es trotzdem, gerade in dieser aufgeheizten Diskussion erlaube ich mir jetzt auch mal eine populistische Aussage, aber bei sowas schauen die scheinbar nicht so, jetzt wenn irgendein Otto irgendeinen Banner fängt, wo draufsteht, wie viele tote Red Bull unter ihrem Sponsoring gehabt hat. Jetzt wird wegen jedem Banner ermittelt, irgendwie Kapazitäten zu geben, Sachen zu ermitteln. Scheinbar. Warum solche Dinge wie in Leipzig und jetzt bei 60, warum da nicht mal geschaut wird, das verstehe ich nicht. Ich habe heute einen geilen Tweet gelesen vom Menschenkenner, glaube ich, der gesagt hat, wenn der DFB weiter so Spruchbänder bestraft, dann können wir uns bald eine neue WM kaufen. Das fand ich, hat die Sache sehr gut zusammengefasst. Ja, es ist sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall. das ist auch eine Diskussion, da will ich jetzt auch gar nicht drauf einsteigen, aber ja, es wird momentan vieles Absurdum geführt. Ich denke, da können wir uns drauf einlegen. Ja. Dann lass uns doch mal zu was Positives kommen und ein paar Dinge empfehlen, wo wir sagen, das sollten die Leute sich anschauen, antun, was auch immer. Basti, hast du da was eingetragen oder war das einer von den anderen Herren? Was meinst du? Bei Empfehlungen? Die Empfehlungen, genau. Ja, das war ich, glaube ich. Ja, vom Titel her schreit es nach dir. Es ist schon ein älteres Buch und diese Nummer mit der Staatsanwaltschaft Bochum, die da diese Zocker-Syndikate irgendwie aufgedeckt hat, die ist ja schon was länger her, aber ich kam jetzt erst dazu, ich habe mir das irgendwann mal bei iTunes gekauft und dann ist mir das in meine iBooks wieder unter die Nase gekommen und da ich jetzt immer noch ein bisschen kränkele, habe ich nette Zeit, ein bisschen Zeit zu lesen und momentan lese ich die Zocker-Liga. Rene Schnitzler ist ein Profi gewesen, der unter anderem St. Pauli gespielt hat, wo quasi seine Rolle in diesem Ganzen beschrieben wird, wo aber auch quasi aufgezeigt wird, wie holländische Geschäftsmänner anfangen, Spieler in der zweiten Liga anzusprechen und Spiele offensichtlich verschoben wurden und auch hier in Deutschland Zweitligaspiele, was ja schon ziemlich nah dran ist. Was man damals auch gelesen hat, aber wenn man sich das jetzt nochmal in diesen Details durchliest und auch mitkriegt, was da so scheinbar so genau passiert ist, dann ist das schon sehr, sehr krass. Man vergisst es natürlich auch schnell wieder, aber es ist trotzdem sehr interessant, weil es nicht nur darum geht, es geht auch darum, wie in Gladbach gepokert wird, Oliver Neville, Marcel Jansen und alles mögliche, dass bei Auswärtsspielen mal das Bett frei gemacht werden muss, weil der ein oder andere Spieler nicht alleine nach Hause kommt. Wie man sich das immer vorstellt, was man nie beweisen konnte, da wird es geschrieben und da scheint ein Busy was zumindest dran zu sein und erklärt vielleicht im Nachhinein ein paar Jahre rückblickend dann auch die eine oder andere Auswärtsniederlage eines von irgendeinem Verein, weil du halt davon ausgehen musst, dass manche Spieler halt bis nachts gesoffen haben und dann auf den Fußballplatz gehen und ihre Frau betrogen haben und gepokert haben und was weiß ich, wie viele Schulden haben und solche Leute suchen sich ja dann diese Wettleute aus und weil sie wissen, dass die Nöten sind und das ist schon übel teilweise auch und ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es fast in einem durchgelesen, weil es mich irgendwie gefestet hat und kann ich ruhigen Gewissens empfehlen, wer diese Seite des Fußballs trotzdem betrifft. Klingt gut. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Weitere Empfehlung? Nö, ich habe keine Empfehlung. Ich hätte Fastlane empfehlen können, aber habe ich mir angeschaut, kann ich dann doch nicht tun. Nee, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich will jetzt hier keine Spoiler haben. Mir fehlt noch die letzte Stunde. So, okay. Haltet euch zurück. Sagt er. Mach weiter, sonst kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Brauchst gar nichts Spoilern. Wenn wo nichts passiert, kann man auch nichts spoilern. Ruhe jetzt. Nur gut, weiter, 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 weiter. Ja gut, wenn wir keine Empfehlungen haben, dann kommen wir zum üblichen Housekeeping, der Blenkel. Wir danken allen, die uns in den vergangenen Wochen unterstützt haben und würden uns freuen, wenn ihr in den nächsten Wochen mal so ein bisschen Fokus auf das Thema Weiterempfehlung legt. Ich finde, da geht noch ein bisschen was, was die Hörerzahlen angeht. Marvin hatte das ja letztens auf Topic oder auf The Record auch mal angesprochen und ein gutes Mittel, um die Hörerzahlen und das alles so ein bisschen nach oben zu schrauben ist, indem ihr uns einfach weiterempfehlt. Von daher die ganz große bitte an euch, sucht euch doch mal ein paar Leute, von denen ihr wisst, die sind fußballinteressiert und die vielleicht auch mit dem Thema Podcast noch nicht so ganz viel anfangen können und erklärt ihr doch einfach mal, was wir hier tun und wie sie uns hören können und ja, gebt das doch einfach mal weiter und auch da zählt das Thema Bewertungen bei iTunes, also falls ihr das noch nicht getan habt, dann einfach bei iTunes mal ein paar Sterne hinterlassen und eine kurze Rezension schreiben, auch das hilft, dass wir da einfach nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Alle Dinge, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr unter eintracht-podcast.de slash support und ich denke, dann sind wir auch schon auf der Zielgeraden für diese Woche. Es war mir wie immer ein Fest, ich fand auch, das hat bis auf die kleineren Aussetzer bei der Verbindung von Marvin eigentlich ganz gut funktioniert mit dem neuen Setup, was ich so über den Livestream gehört habe, war das auch qualitativ sehr gut und der Chat war auch heute wieder sehr aktiv, wenn auch ihr da draußen mal bei so einer Live-Geschichte mit dabei sein wollt, dann guckt einfach mal auf unserer Webseite die Seite live an, da haben wir alle Informationen stehen, da findet ihr den Link zum Chat, zum Livestream und da könnt ihr auch zwischen den Sendungen über das ein oder andere Eintracht-Thema mit Gleichgesinnten diskutieren, da geht jetzt noch so ein bisschen die Diskussion zur Champions League gerade hoch und runter, da halten wir uns jetzt lieber mal raus, aber da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, jetzt noch mit einsteigen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußball-Wochenende und ich würde sagen, wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dann, macht's gut! Outro Ey, ey, es kann auf Hamburg Ey, 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 es kann auf Hamburg Ey, ey, es kann auf Hamburg Ey, ey, es kann auf Hamburg